So, und das haben wir. Schau euch mal, wo seid ihr? Wo sind die Pfannenklopper? So, darf ich den Heimatverein Hauptrichtlinien mit seinem Vorsitzenden, Gerhard Schrohner und seiner Töte? Komm mal her. Robi, bist du bereit? Also ich auch. Ratze! Hex! Ratze! Hex! Ratze! Hex! Das hat ja super gemacht. Wollen wir das mal über? Schaffen wir das? Martin, schaffst du das? Jawoll! AnNO! Snack, schaffst du das? Das hat das ganze Zeit, das war. B, du bist so und dir. Abonnieren!